Ich bin Tobias Eggemann von Otto Gourmet. Wir sind sehr stolz und froh, dass wir Reto Matis hier in der Schweiz als exklusiven Partner bei uns begrüßen dürfen und das Zusammenspiel mit unserem sehr hochwertigen Fleisch, mit dem US Beef, welches wir speziell selektiert haben für Reto Matis, auf dem passenden Montague Grill, einem sehr speziellen 800 bis 900 Grad heißen Hochleistungsgrill aus den USA, dort drauf zubereiten können und die Symbiose aus der Fleischqualität zusammen in Verbindung mit diesem außergewöhnlichen Grill gibt es hier, glaube ich, dem Cascada und allgemein St. Moritz eine hervorragende Location für die Zukunft. Wir als Otto Gourmet wünschen viel Erfolg und vor allem viel Genuss. Ich bin Thomas Konrad, bin in Bontresinen aufgewachsen, bin lange im Unterland gewesen, wieder zurückgekommen, weil es mir nicht mehr so gefallen hat. Ich habe bei Herrn Matis im Cascada neue Chancen bekommen, jetzt machen wir ein neues Konzept, jetzt machen wir ein Steakhouse. Wir haben vor allem US-Fleisch, wir haben auch einheimisches Fleisch, das wir anbieten. Wir sind sehr gespannt auf den nächsten Freitag, wenn es dann endlich losgeht. Es gibt noch viele Arbeit, bevor es losgeht und ich freue mich und bin sicher, dass es eine gute Sache gibt im Cascada. Mit dem neuen Bernice Grill Village und der Polo Bar bringen wir alles unter einen Hut und machen eine super Geschichte. Danke. Ja, unsere Philosophie ist eben, das beste Fleisch aus allen Kontinenten der Erde zusammenzubringen und sowohl an den Gastronomen als auch an den Endkunden zu verkaufen und die Möglichkeit zu geben, dort einen Bezug herzustellen. Und da sind wir immer auf der Suche und freuen uns über jeden, der unsere Leidenschaft teilt und diese Qualität zu schätzen weiß. Mein Name ist Metal Daoud, ich bin der Host der Cascada und der Polo Bar. Ich warte für euch am Freitag um 5 Uhr für ein Aperitif. Sie haben eine Margarita, sie haben ein paar Aktivitäten. Willkommen zu allen für das neue Konzept der Cascada Grill. Das war die WMT, ein Aperitif. Das war die WMT auf dem Weg, die wir mal sehen, das war die WMT zu schätzen. Untertitelung des ZDF, 2020